Willkommen zurück zu dieser Folge von SimCity Build It. Es ist inzwischen die 12. Folge und wir haben was neues freigeschaltet und zwar den Wu-Turm. Ich werde den euch gleich zeigen, aber vorher werden wir hier noch ein paar Häuser verbessern. Oh, und Level 17 erreicht. Ja gut, Bürgermeisterwettbewerb freigeschaltet. Uniruderzentrum, geometrische Skulpturen, holländische Windmühle und Royal Garden, ultimative Bürgermeisterstatue, Stranddelta. Reicht doch langsam, oder? Unibrücke der Künste, Bootstour, Dampfer. Okay, ähm, ja. Reicht doch. So, die Kiste öffnen wir mal. 222.000 Simoleons. Ja, ist ne Menge. Glückwunsch, sie haben den Bürgermeisterwettbewerb freigeschaltet. Ich Wettkampfzentrale, jetzt geöffnet. Upgrade. Jawohl. Bürgermeister, die nächsten Wettbewerbe starten in Kürze. Wir freuen uns, sie dort zu sehen. Bürgermeisterwettbewerbsturm freischalten. Bürgermeisterwettbewerbsaufträge abschließen. Plumbob-Punkte. Okay. Bürgermeisterwettbewerb. Willkommen beim Bürgermeisterwettbewerb. Treten Sie gegen andere Bürgermeister an. Gewinnen Sie tolle Preise. Holen Sie sich Platinschlüssel. Steigen Sie in die nächste Liga auf. Super. Herstellen und dann einsammeln. Drei Nägel. Okay. Auftrag begonnen. Sie haben mit einem Auftrag begonnen. Sie können immer nur einen Auftrag erledigen. Schließen Sie ihn rechtzeitig ab, um sich Diamantpunkte zu verdienen. Okay, super. Dann schau ich mich jetzt erstmal... Aha, es gibt noch was. Noch was hier. Das einmal und das einmal. So. Noch ein paar Häuser. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden mit dem Wutturm. Ah, gibt's aber kein weiteres. Das wie man kann. Bürgermeister am Strand könnten so... Ja. Ja. Ja, man bräuchte halt ja eine zentrale. Das klappt ja nicht. So. Bürgermeister, Dr. Wuhne will mit Ihnen reden. Ich denke, es geht um Katastrophenherausforderungen. Tippen Sie den Wutturm an. Wow. Sieht cool aus, muss ich sagen. Wutturm, jetzt geöffnet. Willkommen in meinem Turm, Bürgermeister. Hier können Sie Katastrophen auslösen, um sich goldene Schlüssel zu verdienen. Es gab gerade eine kurze Unterbrechung. Ähm, ja. Spiel wird fortgesetzt. Frei Schalten auf Level 2, Erden. Beklarst du... Belohnung ein goldener Schlüssel. Woopoints 1. Schäden 2. Reparaturkostenmitte, Wuturm. Meteoriten Level 2, Wuturm Stufe 3... Müssen wir das jetzt machen, oder? Ja. Okay, ich glaub, ich mach das jetzt mal. So. Ähm. Eins. Zwei. Cool. Oh, hoppla. Da ist mir grad mein Smartphone runtergefallen. Und? Schon cool gemacht. So. Da freut sich. Da freut sich meine Stadt kaputt zu machen. Oh. Die Ampeln blinken. Oh, das war ein Meteorit. Ich kann kaum sehen, was kaputt geht. Oh. Vier. Fünf. Sechs. Oh, sieben. Äh. Da sind gerade zwei Häuser eingestürzt. Das hab ich gesehen. Das war's schon? Wow. Ich hätte mir mehr gedacht. Ja. Und das? Oh, ein Nagel fehlt da. Oh. 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 No. Oh. Kann ich noch eins machen? Ah, okay, nein. Geht nicht. Ich muss erst mal das da reparieren. Oh, 500. 500 Simoleons. Fürs Reparieren. Auftragserinnerung. Sie können Ihren Auftrag noch abschließen. Beeilen Sie sich aber. Der Bürgermeisterwettbewerb läuft. Ah, ich... Ich hab fast... Ja, ich hab fünf Tage. Das reicht locker. Ich meine, Nägel. 4 Minuten 30. 4 Minuten, 9 Minuten... 10, 11, 12, 13... 13 Minuten 30 braucht man eigentlich. Es war eigentlich ziemlich wenig, was passiert ist. Aber die Helme find ich cool. Richtige Berwungshelme. Ja, ist auch komplett kaputt. Da ist halt ein Meteorit eingeschlagen. War das hier? Nee. Ja. Lösen Sie fünf Katastrophen aus. Einer habe ich schon gemacht. Meteoriteneinschlag 2 freischalten. Das können wir... ...ganz schnell machen. Und ganz leicht. Oh. Stimmt ja. Da. Kann ich mal gucken. Mal sehen, was er so anbietet. Oh, wir sind doch schon fast bei 10 Minuten. Ja, ein Schiffsrad. Das hab ich gebraucht. Ähm, was fehlt jetzt noch? Ich glaub, ähm... Schnorchel, oder? Ich guck mal gleich. Ein Geschenk? Dankeschön. Ich glaub, jetzt fehlt nur noch ein Schnorchel. Dann können wir das freischalten. Ja. Na, Tauchermaske halt. Oh, da fehlt auch nur noch ein Lagerschloss. Nein. Blöde Werbung. Nur wenn man es nicht haben will, kommt es. Wenn man es dann mal braucht, dann ist es nicht da. Ja, okay. Komm. Dann haben wir mal eine erfolgreiche Folge. Surfer Strand bauen. Mach ich mal. Oh. Stromprobleme haben wir. So. Dann baue ich gleich mal den Surfer Strand. Dann baue ich mal den Surfer Strand. Habt ihr irgendwie vielleicht einen Leuchtturm oder so? Ah, Leuchtturm. Ganz schön teuer. Ähm. Wo bringt es am meisten? 1050. So mach ich das einfach mal. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Beanspruchen und... Kann ich mir damit gleich das Nächste kaufen? Ah ne. Schiffsrad fehlt. Schade. So. Können wir noch eins machen? Bitte. Oh Mann. Wie bekommt man die? Mann, oh. Ja, okay. Das war's dann. Mit der Folge. Oh Mann. Ähm, ja. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Meteoriteneinschläge sehen wollt, dann lasst mal auch ein Like da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und... Tschüss. 而i. Tschüss. 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 Tschüss.